Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 1. Juni 2020 mit einem spontanen Video für dich und zwar mit diesen wundervollen Karten von Kiro Marchetti, Gilded Rivery, Lenormon Karten, das große Herzblick für deine Seelenpartnerschaft und natürlich das Betthüpfel. Bevor ich damit beginne mit der Mischung der Karten, bitte ich dich, tauche erstmal in deine Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. So und heute ist ja auch noch ein Portal Tag und die Energie ist im Loslassen für dich. Es ist wichtig, alles, Begebenheiten und Menschen loszulassen, wo du das Gefühl hast, das hält dich fest, du kommst nicht weiter. Es ist wichtig, wirklich deine Seele frei zu lassen und in diese bedingungslose Liebe zu kommen, dass du auch in deiner Seelenpartnerschaft auch diesen Zustand erreichst, dass du ohne Erwartung bist, ja, dass du dieses Gefühl da lässt, ohne wenn und aber einfach diese bedingungslose Liebe auch fühlst. Warum geht es hier heute? So, es geht um die Liebe, also ist das nicht unglaublich, es geht wirklich um die Liebe und gefallen ist hier wirklich die Schlange hier mit den Angst. So, wir schauen jetzt, warum geht es hier wirklich auch um deine Seelenpartnerschaft, wir schauen jetzt mal, ja. Also es geht um die Liebe, da zeigt sich die Schlange, es zeigt sich aber auch die tiefe Gefühle, die tiefe Ängste und auch nach dem Weg zu suchen. Also wie ich das jetzt hier wahrnehme, die tiefe Gefühle, der Brunnen steht immer für die Tiefe und dass dein Seelenmensch auch hier wirklich diesen Neuanfang, diese Aufbruchstimmung hat. Der zeigt sich hier auch in seine Männlichkeit, in seine männliche Energie und also er möchte gerne hier eine Entscheidung treffen. Allerdings ist er blockiert, seine Stärke, seine Kraft, also sind blockiert. Da nahmen die Mäuse da dran und das ist aber die Seelenpartnerkarte. Und eine Eisbär symbolisiert für mich auch wirklich Mut und Kraft und auch Durchhaltevermögen und Durchsetzungsvermögen. Und also auch wenn das jetzt so ein bisschen noch blockiert ist hier mit den Entscheidungen, vielleicht auch durch noch eine noch bestehende Partnerschaft und noch Ängste, aber also es ist schon ein Grund, eine positive Entwicklung und hier diese große Liebe, die Schwäne, die stehen wirklich für die Liebe bis zum Tod hin, über den Tod hinaus. Unglaublich. Wir schauen jetzt einfach, wir legen jetzt die Karten aus, die vier mal die neun, die feste Verankerung. Also dein Seelenmensch möchte hier die feste Verankerung, das feste Ankommen haben. Ja. So. Wir legen jetzt vier mal die neun für dich aus. Ja. Vier mal die neun. Vier mal die neun ist 36 und die Quersumme ist auch wieder die neun und die neun steht für die Vollendung. Ja. Die neun steht für die Vollendung. Ich nehme das Video jetzt am Nachmittag auf und werde das haben. Heute Abend auch auf jeden Fall für dich freischalten. Es geht hier um die, ja im Verborgenen. Was ist denn alles im Verborgenen? Verborgenen ist, wenn etwas im Geheimen ist, worüber man noch nicht spricht, wo man was verdeckt, wo man was versteckt, wo das etwas heimlich ist, wo so eine Grundenergie. Ja. Es geht hier wirklich darum, dass etwas im Verborgenen standfindet. Hier bei dir, du bist hier bei dir, du bist hier ziemlich unten, vielleicht spürst du auch diese starke Energie des Portaltages heute, vielleicht bist du so ein bisschen traurig. Ich nehme hier bei dir wahr, also diese starke Sehnsucht, den Neuanfang, du möchtest diesen Aufbruchstimmung, dieses Neuanfang, also das ist so in deinem Kopf. Du schaust jetzt hier in der Öffentlichkeit hinein und du möchtest hier in deine Mitte kommen, du möchtest hier aus diesem Irrgarten, aus diesem Labyrinth herausfinden und möchtest endlich mal den Ausweg finden. Und du möchtest hier diese Transformation mit allem Wenn und Aber wirklich schon hinter dir lassen, am liebsten diesen riesigen Hürde, diesen riesigen Berg möchtest du am liebsten auch wirklich überwinden und du suchst wirklich nach Wegen. Also hier die Vögel, die stehen für Unruhe oder das macht dich, das Ganze macht dich hier schon mehr oder weniger unruhig. Ich würde jetzt sagen, das macht dich klirren, auf jeden Fall, du möchtest das hier überwinden, du möchtest wirklich diese Schwierigkeiten, diese Hürden und diese Blockaden und dieses Hin und Her möchtest du also wirklich überwinden und das macht dich unruhig. Aber die weißen Eulen stehen auch für die Weisheit, also du suchst nach einem weisen Weg, nach einer weisen Lösung und vielleicht meditierst du auch und gehst auch hier mit dem Mond im Einklang, vielleicht gehst du auch mit den Mondzyklen, verbindest du auch dich, wenn Vollmond ist oder Neumond ist und bittest du auch um geistige Unterstützung oder um Kraft und heute ist ja auch ein Portal-Tag, ich habe auch vergessen nochmal für dich zu sagen, du wirst dieses Video erst am Abend sehen, immer an Portal-Tagen rate ich euch wirklich, rate ich euch wirklich, also viel Salate zu essen, viel was Grünes, was sehr viel Chlorophyll auch in sich trägt oder Sprossen, neuerdings mache ich mir auch immer viel Sprossen, weil du bist da sehr mit dieser Lichtenergie auch verbunden. Also an solchen Tagen, also weniger an Fleisch zu essen, würde ich dir empfehlen, natürlich esse ich auch hier und da Fleisch, aber dass du da also dann mehr an Salat auch zu dir nimmst, also das Grüne, weil dadurch kannst du diese Energien am besten zur Erde bringen, kannst du das am besten ableiten, ja. Also gerade an den Portal-Tagen und an dem Vollmond und Neumond ist auch wichtig, dass du auch Wurzelgemüse isst, auch wenn ich jetzt mal koche oder so immer, beziehe ich mit die Farben hinein, also die mir auch folgen, wirklich auf Instagram, die sehen auch wie farbenfroh ich koche. Und es ist halt auch wichtig, Wurzelgemüse steht immer für die Erdung, alles was in der Erde ist, wie rote Rüben, Möhren, Kartoffeln, das sind alles diese Pastiernaken und so weiter, das sind alles Wurzelgemüse und die sorgen auch wirklich dafür, dass du eine gute Erdung hast, das ist jetzt nicht von ungefähr, wenn du die Nährstoffe auch anschaust, was in diesen Wurzelgemüse auch alles vorhanden ist, dann wirst du auch erkennen, dass da auch sehr viel Eisen auch mit und bestimmte Mineralien auch da sind, die auch wirklich für deine Erdung auch wirklich beitragen, ja, für deine Kraft auch, für dein Immunsystem auch. Ja, es geht wirklich darum, du suchst hier nach Lösungen, nach Möglichkeiten, vielleicht meditierst du auch hier zu Vollmond und zu Neumond, wie ich das jetzt hier auch wirklich wahrnehme, dass du dann auch so eine weise Eingebung möchtest, auch von dem geistigen Welt, dass du sagst, ja, also ich möchte jetzt da irgendwie den Ausweg finden, wie kann ich aus diesem ganzen Dilemma rauskommen oder aus diesem ganzen Irrgarten rauskommen? Unbewusst hat dir diese Seelenpartnerschaft hier sehr viele Schmerzen gezeigt, ja, also sehr viele Schmerzen oder es ist halt eine schmerzhafte Erfahrung für dich gewesen, vielleicht hast du sehr viele Schmerzen geheilt, unbewusst hast du sehr viel gegrübelt, hast du sehr viel Gedanken darüber gehabt, den Kopf zerbrochen, und so nehme ich das jetzt hier generell wahr. So, wir schauen dein Gegenüber, der ist also mehr im Gefühl, also ihr schaut euch wieder hier an, auch trotz, dass es hier, also dass ihr jetzt auch unterschiedliche Höhen seid, also ihm geht es vielleicht heute so ein bisschen besser, also es geht wirklich darum, also er ist in eine Phase in seinem Leben, wo er gerne eine Entscheidung treffen möchte und gerne in der Tiefe gehen möchte mit dir, also oder mit seinen Gefühlen diese Tiefe zulassen möchte, aber als Mann oder hier als Seelenpartner, diese Eisbär, da nagen die Mäuse da dran, also das heißt, der ist so stückweit auch blockiert, stückweit, allerdings die Mäuse, die Mäuse, schau mal, die nagen auch hier an dem Neuanfang, also das heißt, hier die Seelenpartnerschaft ist schon da, die Stärke und Kraft und allerdings geht es auch schon in der Tiefe, aber der Neuanfang ist komplett blockiert, weil da sind auch tiefe Ängste und auch noch bestimmte Zyklen, die nicht abgeschlossen sind, also auch der Mond steht auch für spirituelle Zyklen der Entwicklung und hier zeigt sich noch eine Schlange, also die 7, die 7 ist auch eine ganz besondere magische Zahl, ja, also auf jeden Fall geht es wirklich darum, dass hier, also hier noch die Blockade mit Neuanfang deswegen auch nicht stattfinden kann, falls da noch jemand eine Rolle spielt, wenn jetzt keine Frau da ist oder kein Mann da ist, auf jeden Fall kann das hier auf diese Schwierigkeiten und Komplikationen hindeuten, das kann auch sein, dass diese 7er Zyklus noch nicht vollendet hat, beachte bitte auch eure Jahre, wie alt ihr seid, wie jung ihr seid, also diese Zyklen, bestimmte Zyklen müssen auch im Leben vollendet werden, bevor jetzt hier eine große Veränderung auch stattfindet, also wie du siehst, also hier die 7 und also er sucht wirklich hier nach Möglichkeiten, also er zeigt von seinem Unterbewusstsein gar nichts, aber, also ihr schaut hier in der Zukunft noch, dieser Zyklus ist noch nicht vollendet. Wir schauen jetzt mal hier so seine Geschichte noch an, also er verbietet sich noch wirklich selber oder er kämpft dagegen an, also dieses, wie du siehst hier, also diese Routen, also das ist immer so symbolisiert, ja immer einen inneren Kampf, also er möchte gerne schon von Herz zu Herz auf dich zukommen, er hat eine starke Anziehungskraft zu dir und von allen Dingen nehme ich jetzt hier auch wirklich wahr, dass es hier so eine karmische Verbindung ist, allerdings ist auch so eine karmische Zyklus, hier die Familie, die Kinder und dadurch ist das Ganze auch so ein bisschen blockiert. Er macht sich noch so ein Stück weit was vor oder er redet sich das schön, und deswegen hat er auch die Maske an und der möchte hier auch in dieses festes Einkommen, diese feste Verankerung hinein, ja. Vielleicht redet er sich wirklich bestimmte Dinge auch einfach schön. Bei dir sehe ich dich hier als eine anziehende Frau hier, wie du dich hier auch zeigst, also es geht auch wirklich darum in deinen, deine Ausstrahlung, in deine Weiblichkeit, mit deinem Sexipel, mit deinem Charisma zeigst du dich und beobachtest du hier, wie entwickelt sich das Ganze jetzt und du hast das Gefühl, ja, du hast das Gefühl, dass es hier auch unter gutem Stern steht, dass es auch beleuchtet wird oder dass es auch geführt wird, das steht auch hier wirklich dafür, dass hier für dich, dass das ein großes Glück ist und diese Geborgenheit, das Vertrauen ist hier, die Sonne strahlt, ja, es geht auch wirklich darum, du hast auch eine starke Sehnsucht, eine starke, ja, Sehnsucht und das macht dich unruhig. Am liebsten würdest du auch eine Nachricht schreiben, vielleicht auch seit längerem, aber du hältst dich so ein Stück weit so ein bisschen zurück, so nehme ich das wahr. Du, dich macht das unruhig, diese ganze Maske, du magst das nicht, ne, kann ich auch total verstehen und du suchst nach Auswägen, wenn du kannst, du suchst auch nach dieser Lösung, nach einem Schlüssel, du weißt ja auch, dass es hier auch diese tiefe Verbindung, eine karmische Verbindung ist und da bist du dir auch sicher und also bei deinem Seelenmensch ist auch wirklich diesen Herzensweg zu gehen, also dem Intuition zu folgen, also wie du siehst, über die Brücke von Her zu Her zu gehen und hier zeigt sich auch nochmal der Labyrinth, ja, also so aus diesem Irrgarten, aus dieser Verstrickung herauszufinden. Also ich kann das ganz genau verstehen, dass sich das auch unruhig macht, vielleicht auch wütend macht, also ich mag das auch nicht, also Lügen kann ich überhaupt nicht vertragen, also das ist das Schlimmste für mich, also zu lügen oder irgendwie jemand, irgendeinen Bären aufzubinden oder das ist also ganz, ganz schlimm, also fühle auch in dich hinein, was macht das mit dir, wenn er jetzt eine Maske hat, warum macht dich das auch unruhig und dieses Gefühl, diese Emotion, was es mit dir macht, da schau nochmal genau hin, ja, und das sollst du auch wirklich auflösen, die Schlange schauen wir, die Blockaden schauen wir, warum verbietet er sich das, so, der Fuchs, die Maske, das, so, Transformation bei dir ist aber auch einiges, ne, also heute durch den Portal, da vielleicht auch ganz präsent, ist bei dir hochgekommen, eine Karte habe ich noch, 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 auf dieses Karmische, ja, so, dann fangen wir an mit deiner Seite, diese ganze Blockade, ja, oh, dein Herzensweg ist noch blockiert, also da sind ja jetzt hier noch Hürden und Blockaden, also was ich jetzt hier wahrnehme, was sollte transformiert werden, hier, die Liebe ist da, also das sollte noch transformiert werden, und dieses Irrgarten sollte wirklich in der Beständigkeit kommen, also Beständigkeit mit Ring, so, Verletzungen, das sind alte Verletzungen im Verborgenen, so, unruhig, macht dich das, diese Treue, diese Loyalität, weil du das auch in deiner Seele spürst, und das macht dich dann auch unruhig, dass du das nicht ausradieren kannst, so, die Maske wird ja ganz schnell fallen gelassen, genauso wie jetzt, auch nach der Corona, also vieles schon gelockert wurde, so wird auch mit der Maske, auch hier eine Lockerung wahrscheinlich bei deinem Gegenüber stattfinden, warum machte sich was vor, warum redete sich was schön an, wegen dem Ansehen, ja, so karmisch, natürlich ist der karmisch, also eine karmische Begegnung, ja, legte sich selber hin, was verbietete sich selber, die Einladung zu dir, verbietet es sich selber, was ist hier blockiert, also die Neuausrichtung, die komplette Neuausrichtung ist noch blockiert, was ist mit der Schlange, die Schlange sitzt im Haus, also die sitzt im Zuhause, ja, oder die Schwierigkeiten, falls es keine Schlange in dem wörtlichen Sinne, jetzt als Frau oder Mann gibt, denn die Schwierigkeiten liegen im Zuhause noch, bei deinem Seelenmensch, und ich ziehe jetzt eine Karte noch für dich, aus Jean Roland und Marion Helwig, Maria Magdalena, Karten deck, und lese dir das als Meditation zu, sende mir deine Gedanken zu, weibliche Spiritualität, ich schwinge meine Kristallschale an, weibliche Spiritualität, durch gelebte Liebe im Alltag, drückt sich die Göttlichkeit in uns aus, Maria Magdalena blieb in der Liebe und ließ sich von ihr führen, jeder Mensch hat zu jeder Zeit die Gelegenheit, Liebe, Mitgefühl und Demut im täglichen Tun zu leben, weibliche Spiritualität braucht keine Kenntnisse, Einweihungsgrade, Namen, sie ist einfach in einem offenen, liebevollen, mitfühlenden, überströmenden Herzen, kein Weg ist höher als der der Liebe, die Liebe ist immer da und jeder trägt sie in sich, wir können sie jede Zeit durch unsere Gesten, Worte, Gedanken, Blicken und Daten zum Ausdruck bringen, öffne dein Herz, sei freundlich und mitfühlend zu dir und zu allem, was auf deinem Weg liegt, bevor wir unsere Göttlichkeit entwickeln sollten wir Menschlichkeit leben, wo kannst du heute Liebe leben und erfahren, im Alltag gibt es eine Fülle von Gelegenheiten, Liebe fließen zu lassen, in meinem Herzen erblüht eine Rose und verströmt den Duft der Liebe. Ich hoffe, du konntest es annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr, natürlich, wenn du mir ein Abo dalisst und das nächste Mal auch hier live dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage gute Nacht, bis bald. Namaste, deine Valeria